... und scheiße Schiffel! Ja, gut, da stand diesmal vor dem Mario und... ... aber das ist eine schwörte Spur an der Patrick Hayek. MSJ-Holking auf Patrick Hayek und an Mario Heusel. Ja, er macht der Tag jetzt aber in die andere Lande heute. Er schiebt an die Indoor nicht mit Mario Heusel. Patrick Hayek und der Igel in Führung! Ja, auch, ich kenne hier fast gar aus der Tanzschule, Mike Lüders. Da trainiert viel. Oh nein. Die Lorbeeren-Ernte der Garde. Mario Heusel im Favorit für unsere Blackfrogs-Eagles. In Führung! Patrick Hayek und Lemmy Kornig. Ja, Patrick Hayek beißt sich da die Zähne aus. Damit hat er nicht gerechnet, dass Kollege Heusel da Stumpf von innen reinsteckt. Und sich den Meier holen. Ich bin aber noch nicht. Ich bin gar nicht für den Ball am Himmel.